Nein, warte! So! Okay, wenigstens komm hier rein. Ach so, das bist du jetzt, oder? Ja. Ach guck mal, das bin ich. Ich bin Mama, aber was sonst? Oh, das ist gar merkwürdig. Ich bin so auf Computer auch. Ja. Guck mal, ich kann das schon wieder. Nein, kann ich gar nicht. Ich bin P3. Was kann ich denn hier? Du kannst kämpfen mit nix. Mit nix, oder? Das ist grafisch schon was anderes, ne? Ja, aber das ist halt gut, oder? Ja. Ach so, ach, haha. Sehr, sehr stylisch. Es ist komplett nix. Ja. 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 Ja, ja. Was? Vielleicht bist du den ganzen Roll. Ach, wie geil. Ja, sehr geil. R3 Multifunktionär. R3 muss ganz gucken, wo du bist. Ich bin der Z-Teil. Ja, R3. Ich bin der Legendary. Ach, wie geil. Natürlich schon was anderes. Ich hab die da nicht mehr mit zwischenbauen. Ich mag die mitbeugt. Ja. Können wir nachfolgen? Ja, ich mach die durch. Okay, es wird gespalten. Ja, aber ich find's ganz cool. Fynn, fynn. Hm, aber so weißt du. Oh, ich hab ihn so ganz zocken. So ganz witzig. Ah, alles meins! Ich wollte nicht durchspielen. Wer war das? Entschuldigung, soll ich? Ich wollte nicht mal so ausflogen. Warte mal. Ich hoffe mal. Ist ja nur für mich, oder? Keine Ahnung. Ja, eigentlich schon. Ich will mal gucken, ob der mich mitzieht. Ja, tatsächlich noch ein bisschen automatisch. Sehr gut. Ich meine, das ist gerne so. Das ist schwierig. Komplett an. Ich weiß noch gar nicht. Hier ist alles dabei. Ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, warum die da nicht drunter aufgemacht haben. So, meine Lieben, jetzt hier beim Mini-KXL-Community-Treffen. Wir sind hier bei Diablo 3 am Blizzard-Stand und aufgeteilt gerade in zwei Teams. Ich kann das zweite Team leider nicht filmen, da da eine nette Frau sitzt, die ungern gefilmt werden möchte. Böse Vergangenheit und so, man weiß es nicht. Ist egal, ich zeige euch trotzdem jetzt hier ein bisschen was und hier haben wir den. Kobi, hallo. Hier ist der Kobi. Das ist der Kraxel, du bist die. Ayama. Und du bist der. Und da hinten haben wir zwei andere Gestalten, drei andere Gestalten. Da gucken wir nachher mal nach dem Diablo-Part, wie das Ganze läuft und wer das noch ist. Mal gucken, wen wir noch alles sehen. Ich darf eigentlich gar nicht Diablo filmen, ich muss noch ganz kurz ein Stück zurück. Und ich drehe mal ganz kurz die Kamera ab. Da seht ihr Diablo auf PS4. Das neue Ultimate Evil Edition. Darf ich gar nicht filmen, aber ich habe es gerne gehört. Ich spreche ja eh alle kein Deutsch. Von daher halb so schlimm. So, ihr dürft uns jetzt hier noch ein bisschen weiter beobachten beim Spielen an der PS4. Diablo-Rip of Souls Ultimate Evil Edition, UEE genannt. Und ich lege euch wieder ab. Bis gleich. Das war nicht schlimm. Stimmt. 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 So, es ist kaputt gemacht. Mein Hals. Das wäre nicht schlecht. Das war nicht. I'm sorry. Ich drücke mal noch X. Ich drücke gerne noch andere Tasten. Ja. Aber wir singen es nur die Bogenrechtsruhe. Ich sehe, das überfordert mich schon. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5 Ende. Mit dem Haus in das Wort. Ich brauche doch nur noch da bin ich. Alter, voll der Router. Hoff damit. Denk mal die Kinder. Ja, die. Gerne. Natürlich, für die so ein Ultimationary. Das ist jetzt gar nichts unbedingt. Das sieht ja auch schon fett aus. Das ist grafisch schon komplett anders, wie ich finde. Geht ein bisschen mehr ins... Ja, comic-mäßig würde ich fast sagen. Das ist jetzt nicht ganz extrem. Ja, das ist schon mal so anders. Wie bin ich? Ja. Ja, danke. Voll die scheiß Skillung. Ja. Ich will wirbeln, verdammt. Ich will einfach mal... Ich mache alles meins. Ich mache alle anderen. Hast du planen, die Brüder? Erstmal klopfen gehen. Ich will für die Brüder. Nee. Ähm... So. Ja. So. 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 Ich bin voll gefordert. 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 Wir haben gleich alle Reveller runter. Es wird halt fest. Alter. Ich bin mir hier. Ich spiele so ein bisschen wie Tanken. Einfach irgendwelche Knöpfe drücken. Das habe ich eben auch nicht gesehen. Echt? Ja. Das war eigentlich nicht mitbekommen. Na was? Glaubst du gerade? Achso. Das ist ein bisschen flecken Fusel, oder? Boah. Ich bin also frei. Heißschlau. Der Reiber war, glaube ich, schon schwarz. Ja. Das Problem, was ich hier sehe, ist, dass du vom Mut her immer teilen musst. Das heißt, es fällt nicht für dich alleine, weißt du? Wenn ich mal ein Legendary fällt, dann klappen sich alle drüber. Das ist meine Rechte. Glaube ich nicht. Ja. Ich bin ja auch schon schwach. Ich bin ja auch schon. Ich bin ja auch schon. Ich bin ja auch schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017